Herzlich willkommen bei der Beratung des Migrationsrats. Du wohnst in Berlin, bist im Asylverfahren, hast eine Duldung oder einen Aufenthalt als Flüchtling bekommen. Wir können dir helfen bei der Arbeitsplatzsuche, bei der Ausbildungsplatzsuche und bei der Suche nach einem Sprachkurs. Wir arbeiten mit einem Netzwerk zusammen, das Netzwerk heißt BRIDGE. BRIDGE bietet Qualifizierung, Weiterbildung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung an. Du hast Interesse an Handwerksberufen, du möchtest im Pflegebereich arbeiten, wir können dir gerne helfen dabei. Zum Beispiel über einen Pflegebasiskurs kannst du in Arbeit kommen und damit auch deinen Aufenthalt verfestigen. Du bringst ausländische Schulabschlüsse mit, Hochschulabschlüsse oder Berufserfahrung mit. Wir zeigen dir den Weg, wie du diese Berufsabschlüsse und Qualifizierung in Deutschland anerkennen lassen kannst. Unsere Angebote und die Qualifizierung sind kostenlos. Bei Interesse melde dich bei uns. Bei Interesse, in der Raślätinilippe trinktättst. Wenn du dich bei Interesse über CAM genommen hast,